Und er hat mich gefragt so... Who is Hamster? Sein erster so... Die Legenden erzählen sich so irgendwas. Und dann haben die später WeFit DDoS gespielt. Das ist ne... What a way to... No? So, aber es geht hier los. Wir haben hier Loser Semi-Final. Wir spielen mit hier um den vierten Platz. Der Verlierer ist raus. Kann aber trotzdem noch mit Geld nach Hause gehen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ich möchte darauf hinweisen, dass Hamster direkt ein Neutral-Alfer Aerials nutzt. Yes. Er muss, er muss. Er muss. Das ist so sein Ding. Aber guck mal. Du musst echt dich vertellen. Auf Justin drauf. Auf Zebra. Hamster hier noch. Bei 1,6. Da schon wieder. Die Neutral. Er macht diesen Neutral her. Das ist richtig disrespektvoll. Er kriegt keine Kommos raus. Er ist einfach nur gut auf den Kopf. Aber er möchte eigentlich diesen Uptilt nachher oder so. Er landet und macht... Es geht nicht darum... A secondary usage of the Moons. Weißt du, was ich meine? Okay. Okay. Du interruptest damit auch Anson. Hm. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, er hat einen Jump gehabt. Wow. Was ist der Recover? Wahnsinn. Oh, da kommt er leider nicht dran vorbei. Wuuu. Okay. Ah, das wird's machen. Das wird's machen. Oh, das war's schon. 17. War ja nicht mehr so am Ball. Ne. Immer wieder werde ich überrascht, wie krass diese Backdoor ist. Ich weiß, das ist so the oldest news in the world. Aber wenn er es killt bei so 90 in der Welt oder so... Boah, das ist hart. Das ist hart. So. Oh, er kriegt er den Down-Air-Reset nicht hin. Aber... Bam! Das macht man in dem Fall. Also, complicated Recovery auch für nichts. Alles für nix. Du hast dir so viel mehr gegeben. Und was hat das gebracht hat? What cost? All that brain power benutzt. Oh oh. Oh oh. Das war so cool. Ich finde das so geil. Das ist so ein Kiddies-Toy. Das ist so ein Kiddies-Toy. Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich so... Ich geh einfach durch. Geil. Das lässt du dich nicht gepackt. Nee. So. Hamster als ein Kiddies-Toy. Das ist halt das, was super abusing kann. Mhm. Einfach versuchen nur den... Über den Max von der Stage zu schmeißen. Und den auch direkt zu halten. Aha. Beim Bussen... Hamster beginnt halt die kleine Interaktion. Wenn er... Massiv und dann nicht aussieht. Schon, ne? Wenn man... Uh! Slow-mo. Oh man. Nicht ganz, aber... Der nächste Up-B sieht gefährlich aus. Oh. Das ist wirklich gefährlich. Oh. Das ist wirklich gefährlich. Man will nicht so eine Reversal-Situation. Ja. Wenn man... Nee. Oh. Iris... Respekte. Aber... So ist vorbei. Ist vorbei. Das sieht nicht gut aus. Oh. Okay. Es ist echt so low gegangen. Oh oh. Es ist noch nicht vorbei. Der Furtstuhl. Als alt. Als alt. Als alt. Nur Hamster. Der Little Mac Edge Guard gegen Ness. Nur Hamster würde sowas machen. Ob das Intentional war? Ah! Oh, was ein nicer Parry! Ich habe das verstanden. Ob er das pallen würde, Alex. Oh ja. Oh ja. Das ist das Yoruyo. Und das holt ihn direkt hier. Das erste Game. Jv2. Töt Zebra. Und dass ich das eins von mir sehe. Wichtig gegen diesen Yoruyo. Das ist schon wichtig. Ey, das war vorhin so clean, was Sebra gemacht hat mit dem Jab-Block F-Smash. Mhm. Das sieht so gut aus. Klos. Fast gekillt. Klos bei 90 oder so. Nachdenklich. Manchmal. Manchmal schaut man so den Percent, wenn man stirbt. Oh mein Gott. Oh, das ist so cool. Warte, das war nachdenklich. Warte, das war nachdenklich. Warte, das war nachdenklich. Was? Warte, wie viel hatte ich denn davor, bitte? Ja. So. Ja, da geht's hier direkt. Carlos ist es. Mehrfläche. Mhm. Plattform weniger zentiert. Ist das tot? Na ja. Schön wird ausgejumpt. Oh, das geht hier direkt weiter. Oh mein Gott. Schön gelandet. Oh, das Mix-up. Ja, und da sehen wir das schon wieder. Das ist auf jeden Fall das Motto des Kommentars. Oh, okay. Oh mein Gott ist da. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber es macht so einen crazy mega Schaden. Auf jeden Fall. Für 16 auf nichts. Ja, es hat so Jigglypuff-Rest-Vibes. Oh, 1, 2. Oh, 1, 2. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, ein paar Edge-Guard. Ein paar Edge-Guard. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt hier beide Spieler wollen nicht overshoot man durch. Das war doch nicht. Ich habe ja durchgearmt einen. Das hier nicht. Das habe ich das Gehirte. Habe ich das Gehmit gebracht. Von dem Toten. Oh, das killed. Schön. Pol 120. Ey, stell dir vor, du wärst einmal uptiltet. Du hast 100 Prozent. Ja. Aber Tor. Carlos macht ein Stage, die ein bisschen höher ist. Bring nix, Kiste. Trotzdem Tor. Das ist die Main-Character-Energy. Main-Character-Energy. Die Big-Time. Uuuuh. Dicker Forward-Smash. Ja, ich mag es mir nicht so vorsichtig. Haben Sie mit den Down-Suits. Zack, zack. One, two. One, two. Ja, das finde ich auch geil in Little Night. One, two, one, two. One, two. Super hier gezählt direkt. Mit PvP auch kommst du drauf, stattdessen wir coveren. Smart genug, dann wollte die Disadvantaged-Situation. Uuuuh. 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 Oh oh. K.O. Punch ist online. Ja, ist jetzt offline. Oh, und diese Advantage-Situation von Zebra ist mega gut. Oh oh. Alles gegeben. Nicht nach Punish, aber er wollte es irgendwie. Hey, Evi hat's gel- Okay. Was macht er denn? Er geht offstage und macht ein Neutral-Air. Du bist Little Mac Hamster! Oh, wie? Aber er ist in New The Summers. Und wir sind... Das stimmt. Das stimmt. Oh, imagine wie powerful er wäre, wenn er so... Ja, ne? Aber ich glaube, er muss Little Mac spielen. Er muss, ne? Er ist so powerful, weil er... Ist so. Ist so. Er hat mit Boxen angefangen. Er hat mit Boxen angefangen. Er hat mit Boxen angefangen. Neulich so. Er hat eine Hash-Pause gemacht. Er hat Boxen gemacht. Ey, wie geil. Mit Tank. Mit Boxen schon. Und jetzt ist der... Oh oh. Oh oh. 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 Man macht einen Risky-Air-Dodge. Es ist vorbei. Es ist kein Weg hier. Es ist zweiter gehen. Es ist viel verlieren. Wir haben es jetzt zwei nur hinten. Aber er wäre ja nicht Real-Life-Will-Mac, wenn er nicht Reverse-Pion würde. Nein. Aber... Hamster kann ein Reverse-Trio locker schaffen. Also... Get excited. Es ist noch lange nicht over hier. Wir haben hier einen sehr motivierten Boxer. Hollow Bastion it is. Weg von Carlos. Down but not out. Auf jeden Fall eine Stage mit einem niedrigeren Zwilling. Dann können wir erwarten, dass die Abbey-Confirms vielleicht etwas triert werden. Gucken wir mal, was hier zu Gunste kommt. Stimmt. Was du gemeint hast mit Carlos. Ja. Es gab diesen Update-Abbey, was nicht gekillt hat bei Carlos. Kann ich mir nicht wundervoll sagen, ob das auch bei der Grund-Station nicht gekillt hätte. Aber... Hier auf jeden Fall sind die Schaufen besser. Armut, schön hier durch. Mhm. Und jetzt geht's los. Oh. Schade, weil wir jetzt natürlich öfters diese Updates miteinander chainen wollen. Es ist zu floaty, als dass wir das machen können. Ja, ne? Und jedes Mal Out und Shadow durch. Jedes Mal Back to Neutral deswegen. Mhm. Der ist einfach so extrem. Oh, schön. Oh. Er wollte so'n... Jetzt noch ein Update. Das wird nicht reichen. Aber es war super close. Schon bei 81. Er war so tief in seinem Kombo. Er hat es aber bei der Grunde. Das war wirklich nice. Schön gemacht hier. Lässt sich diesmal hier nicht von dieser Abbey irritieren. Oh, oh. Chaos ist noch da. Ich wär so scared. Ich wär so scared. Ich wär so scared. Das kann hier sehr schnell. Jetzt aber. Oh. 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 Schlau sich hier entschieden, den Hüschel Get Up zu machen, weil er dadurch einfach schwierig ist, darauf zu reagieren. Hamster ein bisschen zu lang sind bewegt an der Stelle. Kommt er da zurück? Oh. Wird leider gecovert. Kein... Kein Sprung. Kein Sprung. Und Super fühlt sich auch confident genug hier zu taunten an der Stelle. Hoffentlich backfire das nicht. Nix Schlimmes ist es so. Sie spielt ja auch das Mental Game an der Stelle. Ne? Taunt get bodied. Ist wirklich super. Boah. Gerade jetzt wird er gebodied. Boah. Oh damn. Schön. Die Abwehr. Aber reicht leider nicht. Das war ein Abwehr. Das hätte so ganz getötet müssen. Ohne Rage, wer weiß. Aber im letzten Mal war es schon close. Und da hat er 84,18 Minuten. Boah. Schmied an der Letch. Da will der Lumeck nicht sein. Oh nein. Offstage. Kommt noch ganz spannend zurück. Chaos Punch ist doch schon gone. Aber auf der Stelle bin er nicht so relevant. Damn. Schön gemacht. Angle. Er so hochgekommen ist gerade bei dem Downhill. Hm. Versuch dir wieder die... Ah. Wow. Schön. Diesmal keinen Lucky Parry hier. Das ist doch wirklich keine Lucky Parry. Und schluss hier diesen massiven Downsmash. Oh. Die commercials leider leichen. Erweichen leider nicht schon wieder. Oh. Es bleibt spannend. Ach. Kriegt er einen Grab. Einfach run up. Nein. Finder gegen die. Und er kann meine Karaktion nicht mehr. Oh no. Okay. Schön delay. Der hatte noch seinen Strung. Das ist gut. Und Plytrafer obliterated. Kennst du das, wenn du so 30 Sekunden verbringst, um ihn zurück zur Stage zu kommen? Das ist ein Elaborate Edgeguard. Dann stimmst du direkt danach im Video. Oh. 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 Ich sterbe schon davor. Andere Edgeguys. Du den ich nicht. Ja. Krass. Ich komme nicht zurück. Oh. Witte 1-2? Dieser 1-2 ist besonders crazy. Weil es so früh geht. Oh, das war's. Daaaan. Daaaan. Zebrae ein bisschen overshootet. Tauntet erst und wird gebuddied. Hamster jetzt. 2-1. Der Anfang von der Bodying. Der Anfang. Vielleicht noch in die Gegend. Ja. Es fängt an. Comeback Story wird hier geschehen. Mhm. Aber. Zebrae jetzt wieder von dem Count to take advantage. Sprich ich jetzt wieder picken. Ich frage mich, ob er dann zurück zum Carlos gehen würde. Ja, ne? Hat ja schon mal funktioniert. Ich. Aber. Es ist der. Amst hat Carlos bekommen. Es ist mal bei der Tür. Es ist mal bei der Tür. Es ist mal bei der Tür. Oh, dafür die Musik. Die Musik der Musik. Oh. Nicht schlecht. Ja. Ich muss mich wirklich mit dem Mega Man X-Series beschäftigen. Ich muss mich wirklich mit dem Mega Man X-Series beschäftigen. Ich muss es wissen. Es geht hier bei Switch zu One Week Angel. Oh, ich habe doch geswitcht. Oh, ich habe doch geswitcht. Hm. So, bleibt auf jeden Fall bei Ness. Wolf lässt er erst mal stecken hier gegen eine Little Mech. Die ersten zwei gibt es nicht. Aber man muss sich ein bisschen zusammenreuschen hier. Oh, oh. Ein bisschen weniger Taunten. Zebra. Du willst ja weiterkommen. Mach dir denn so, wenn es direkt weg zu Reichtum. Okay. Auch diese Musik, Alter. Wer hat es gepickt? Zebra? Ja. Das ist so seine Revenge-Musik. Aber das spielt Ness. Passt nicht. Jetzt bin ich ernst. Oh, Tupel. Ey, der Tupel ist so. Ach Gott. Rausgerollt an der Stelle. Keine Extendion wird zur Plattform. Schöner Down-Smash. Oh, mein Gott. Nur Hamster macht sowas. Ey, du bist ein Little Mech, Jungs. Oh, nein. Bisschen zu low geshootet. Und muss hier schon unter 80 den Stück aufgeben. Und da kommt ein Geek-Fire. Oh, er wollte ihn durchrollen, damit er so F-Smacken kann. Schafft es doch aus dem Geek-Fire mit dem ersten Hit von Affi-To-State. Oh, das wird schwer. Oh, das wird schwer. Also, wenn er einen Kill kriegt und dann direkt herpuncht. Oh. Oh, beide hier sind sofort im Schild drin. Oh no, er hat sogar einen zweiten Stock verloren. Es ist bald vorbei für Hamster. Nein, Schild ist winzig gelegt. Aber das hier ist ein Stock auf jeden Fall. Ein ganzes Stock nicht, Alter. Das wird nicht. Daraus ist ja nicht, aber er muss jetzt Arbeit leisten auf jeden Fall. Der Hamster-Faktor muss jetzt stark kommen. Ja. So, so ganz schön stark. Ja. KO-Punch. Das ist eine Mechanik, die existiert. Mhm. Hast recht. Und jetzt ganz zu günstig kommen kann hier. In dieser Situation. Wenn er es schafft, diesen Fang zu finden oder den Hit. Einfach nur. Schöner Grab. Oh, Empty-Hop-Grab ist immer für mich so beeindruckend. Ach so. Ja, ne? Bei allem so Custom. Oh, damn. Da wollte er für alles gehen. Der super länge Chaos-Punch. Hauptsache er wurde nicht dafür gepunigt, aber... Das ist ein bisschen wie Wario-Warp. Oh, oh. Die Kleidung zieht sich hier raus in der Stelle. Aber lieber etwas Kleines als gar nichts. Und... Oh, wie ist Spiel schon? Oh, ist vorbei. Oh, ist vorbei. Da abgeht raus. Das hätte auch nichts geholfen an der Stelle. Zepra finisht uns hier mit der Abwehr. On top. Und somit ist die Main Story der Hauptgeschichte von Epitech Chase. Yes.